So, Leute, wir gucken uns jetzt den Dachs an. Ich bin gespannt. Mal vorab, falls das Video nicht ganz so aufwendig ist wie üblich. Das ist ziemlich spontan vorproduziert. Ich bin aktuell nämlich für eine Woche im Urlaub in Berlin. Ja, und wer wohnt noch in Berlin? Richtig, Da Vinci. Und weil das so gut passt, wollte ich... Die können sich ja mal auf eine Cola treffen, Leute. Also ich finde, die können sich auch mal auf eine Cola treffen. Auf ganz entspannend. ...einfach mal einen Beef anzetteln. Nein, keine Sorge. Das Video ist natürlich nur für die Klicks, wie immer. Und für die KuchenTV-Reaction. Und heute soll es darum gehen, warum ich finde, dass der YouTuber Da Vinci schlechte Kritik-Videos macht. Das haue ich jetzt einfach schon mal so raus. Sich selbst bezeichnet er als den nettesten Meinungsburger der Welt. Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsburger der Welt. Aber vieles, was er hochlädt, wirkt eher wie ein Video von Herrn Newstime mit Bart. Warum ich das so sehe, erfahrt ihr jetzt. Vorab, es gibt natürlich einige Videos von Da Vinci, die gut sind. Alter, what the fuck. Ich meine, guckt euch das mal an. Was ist eigentlich mit Da Vinci? Also, Da Vinci hatte doch eigentlich eine ganz lange Zeit relativ gut Klicks gemacht. Zumindest immer über 5.000, 6.000 Aufrufe. Das weiß ich. Das war aber vor ein paar Monaten. Er macht jetzt einfach hier 2.400, 3.200, 2.400. Hier mal 14.000. Und hier einfach 80.000 Aufrufe. Und allein durch dieses 80.000 Aufrufe-Video wird er safe im Monat mehr Aufrufe machen, als ich im Monat Aufrufe mache. 230.000 Aufrufe, Da Vinci 95.000. Also nur 30.000 bis 40.000 Aufrufe Unterschied. Das ist einfach krass. Das ist einfach krass. Und wenn du hier so siehst, 2.000 Aufrufe am Tag, 1.600 Aufrufe am Tag. Das ist schon irgendwie, also ich muss schon sagen, das ist schon ziemlich gestört. So bei mir gibt es die 10.000, 16.000. Und ich gucke auch selber nie auf meine Statistiken in YouTube eigentlich rein. Das mache ich halt nur im Stream. Also ist immer eine ganz krasse Sache. Zum Beispiel das aktuelle Video über Jeffree Star. Und was noch ziemlich positiv ist, er verlinkt immer alle Quellen, die er benutzt. Zumindest bei jedem Video, bei dem ich nachgeschaut habe. Es gibt aber Dinge, die in vielen seiner Videos nicht oder wenig gegeben sind. Einmal ist das gute Recherche. Heißt, er schneidet viele Themen, vor allem welche, die zum Beispiel gerade auf Twitter viral gehen, nur ganz knapp an. Das erkennt man allein daran schon, wie schneller teilweise Videos zu aktuellen Themen raushaut. Ein gutes Beispiel ist, denke ich, das Video zum aktuellen Loredana-Skandal. Da hat Da Vinci ein Video zu gemacht. Und um den eigentlichen Skandal geht es in dem Video nur von hier bis ungefähr hier. Also nicht mal ein Drittel. Und jetzt sag mir mal, warum ich dein Video anschauen sollte. Und nicht zum Beispiel das von KurenTV. Das Ding ist halt, ich habe auch das Gefühl, dass Da Vinci sich nicht lange mit Videos, oder nicht lange mit den Themen auseinandersetzt. Also bei mir ist es auch so, es gibt manchmal so Themen, da setze ich mich auch nicht so mega krass lange auseinander. Belastene Sache eigentlich, weil man sollte sich als Meinungsblocker immer lange damit auseinandersetzen, dass man halt auch voll dahinter stehen kann. Ist bei mir auch nicht immer der Fall, bin ich ehrlich. Aber wenigstens dann das ganze Video darüber sprechen, über einen denselben Inhalt und nicht irgendwann nur zum Schluss. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Das Video ist doppelt so lang, er lockert das mit Witzen auf und er hat mehr Informationen drin, geht also mehr auf das Thema ein. Weil das, was du in deinen Videos sagst, sind meistens nur die drei Top Tweets unter dem aktuellen Hashtag zusammengefasst. Und da frage ich dich, warum steckst du nicht mehr Arbeit in die Videos? Es muss ja nicht mal im Thema Schnitt sein, da ist einfach nicht jeder so begabt, das ist klar. Und das muss auch nicht sein, meiner Meinung nach. Aber du bist doch, zumindest wenn ich nichts verpasst habe, immer noch Vollzeit-Youtuber und hast den ganzen Tag Zeit für Videos. Das wäre für mich zum Beispiel einfach... Hat aber da Vinci auch schon lange gesagt, dass er nicht mehr Vollzeit-Youtuber ist, sondern das nebenberuflich macht. Also irgendwie meinte er ja, er hat ja noch was anderes. Er hat zwar noch nie verraten, was er anderes macht, aber das habe ich nur so mitbekommen und er macht dann noch YouTube und Twitch. Also warum schafft es dann ein Kuchen-TV mit Kind, Freundin, YouTube-Money das erzählen muss und noch mehreren anderen Kanälen bessere Qualität zu bieten und das in allen Punkten. Und du siehst doch auch an deinen Aufrufen, dass das nicht immer so gut funktioniert, so ein Video schnell schnell zu machen. Hauptsache du hast was zum aktuellen Skandal hochgeladen. Und selbst wenn, dann sind das meistens auch keine Abonnenten oder Zuschauer, die auf lange Sicht bleiben. Das sieht man ja einfach. Du hast so viel Zeit am Tag, wenn du das wirklich Vollzeit machst, aber so ein Video, da kannst du mir noch nicht erzählen, dass du da länger als zwei oder wenn es hochkommt, vielleicht drei Stunden dran sitzt. Wozu ich auch noch gut was sagen kann, ist dein Video zum Manuel Neujahr-Skandal. Dazu habe ich selbst nämlich auch vor kurzem ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne hier anschauen. Was ich da vor allem am Anfang mega gefeiert habe, ist, dass du ja in der Meinungsblogger-Szene ja quasi schon fast ein Meme dafür bist, was den Schnitt angeht. Das soll jetzt gar nicht böse gemeint sein. Der Schnitt ist mir persönlich gar nicht so wichtig, wie gesagt. Aber selbst das, was du machst, ergibt überhaupt keinen Sinn. Du lässt das erste Bild nämlich zwar größer werden, hast das Bild also animiert, aber das so gering, dass man es nicht mehr bemerkt, wenn man jetzt... Alter, das ist mir das letzte Mal auch schon aufgefallen. Also man kann ja die Bilder ranzoomen und mir ist das letzte Mal auch bei DaVinci aufgefallen, ich dachte so, er hat ein Standbild und dann hat er aber wirklich das Bild ranzoomt, aber so minimal, dass man es einfach nicht mitbekommen hat. Das ist halt auch, das ist eigentlich so schwierig, weil das lässt ja schon das Video professioneller wirken, wenn das Bild ranzoomt, damit du dich besser auf das Bild fokussieren kannst, nicht auf den Hintergrund. Alter, dachte ich auch so, what the fuck, was ist denn los? Warum also machst du dir genau da die Mühe, wo sie eigentlich überhaupt nichts bringt? Auch das Thema in dem Video schneidest du nur mega kurz an, genau wie im Loredana Video, das sind wieder einfach nur die offensichtlichsten Dinge zusammengetragen. Ich habe ungelogen für mein Video vielleicht 20 oder 30 Minuten recherchiert und hatte danach mehr Plan von dem Thema als nach deinem Video. Du gibst im Grunde genommen einfach nur das wieder, was passiert ist. Es geht ja darum, dass Manuel Neuer ein Lied von der kroatischen Band mitgesungen hat, die offensichtlich rechts ist. In meinem Video erfahrt ihr übrigens auch, dass der Liedtext und das Lied überhaupt nicht in Richtung rechts oder Rassismus geht, aber sowas berücksichtigt Da Vinci überhaupt nicht. Er weiß ja nicht mal, wie das Lied überhaupt heißt, obwohl das eigentlich das Wichtigste am ganzen Thema ist. Ich weiß auch nicht, welches Lied jetzt dort mitgesungen wurde. Und auf den Bildern vorher in deinem Video sieht man den Namen von dem Lied sogar. Und wenn du beim Aufnehmen von dem Video auch nur... Oh Mann, okay, das ist halt wirklich... Also gerade, wenn es um so ein Thema geht, wenn du um so eine Sache sprichst, ne, ich meine, das ist ja schon ein Skandal, was das angeht, ne. Also wenn man das schon zum Thema macht, dann sollte man wenigstens den Text an sich kennen oder das Lied an sich kennen. Also das ist schon ein bisschen... Also da muss ich wirklich sagen, das finde ich schon ein bisschen schwach. Ein ganz, ganz klein wenig schwach finde ich das, ne. Also das muss ich jetzt mal wirklich so sagen. Wenn irgendeine Seite zum Thema offen hättest, würdest du das auch wissen. Und dann vielleicht mal drauf eingehen, anstatt zu sagen... Wenn jetzt da nichts Ultra-Extremes mitgesungen wurde und er das jetzt nicht perfekt versteht, dann sollte man da, finde ich, jetzt auch kein riesiges Fass aufmachen. Ich bin jetzt echt kein Manuel Neuer-Fan, ja, wirklich nicht. Und ich finde auch, dass man ein Recht hat, auch als Nationaltorwart vielleicht eine Meinung zu haben, die jetzt nicht jeder cool findet. Ja, wenn er sagt, Mensch, er ist eher rechts, aber nicht rechtsextrem, dann soll das auch ein Torwart sagen dürfen, rein theoretisch, ja. Das ist für mich kein... Rein theoretisch dürfte er das dann sagen, also... Eine Meinung, das ist einfach das offensichtlichste und universell anwendbarste, was man zu dem Thema sagen kann, weil du damit keine der beiden Seiten wirklich stark kritisierst. Du sagst im Grunde, ja, jeder sollte seine Meinung sagen dürfen, auch ein Torwart. Wow. Wenn da nichts Schlimmes gesungen wurde, finde ich die Reaktion von den Leuten übertrieben. Ja, warum googelst du dann nicht, was da überhaupt gesungen wurde? Das zum Beispiel wäre Recherche gewesen, DaVinci. Das wissen wir schon seit einigen Jahren. Selbst der Top-Comment unter deinem Video hat mehr Inhalt als sein ganzes Video, weil er wirklich auf das Wichtige eingeht und auch er kritisiert deine schlechte Recherche in dem Video. Wenn ich mich jetzt für das Thema interessiere und danach auf YouTube suche, bringt mir dein Video einfach nichts, dann würde ich mir lieber den Kommentar da anschauen. Ja, also letztendlich ist es dann halt wirklich so wie Promifleche oder Bild oder so, wobei Bild wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Inhalt bietet. Es wird halt bloß gezeigt, was das Thema ist, aber das erkennst du ja eigentlich schon im Titel und dem wird halt kein Inhalt geboten. Also du möchtest ja wissen, warum wird gerade Manuel Neuer kritisiert. Was ist jetzt der ausschlaggebende Punkt? Und wenn dann halt gesagt wird, ja, also auf Twitter hat jemand geschrieben, dass es rechts ist und rechts sollte aber trotzdem jeder sagen dürfen oder rechte Sachen sollte jeder sagen dürfen. Es darf aber nicht rechtsextrem sein. Also so theoretisch und keine Ahnung so. Also da kannst du ja nichts mitnehmen. Vor allem, du kannst zum einen inhaltlich nicht viel mitnehmen, weil du immer noch nicht weißt, das ist wirklich rechts gewesen oder was ist jetzt eigentlich der Grundtenor von der ganzen Sache. Und dazu hat man noch nicht mal eine Meinung von DaVinci, weil es wird halt gesagt, theoretisch kann er das machen. Wo ich mir so sage, ja, sag doch mal, findest du das jetzt okay oder findest du das jetzt nicht okay? Einfach bloß mal deinen Standpunkt setzen. Aber das waren eigentlich auch schon immer so Sachen, die mir generell schon bei DaVinci aufgefallen sind, die ich jetzt nicht so krass fand. Schon. Und ja, DaVinci hat den Kommentar zwar gepinnt, dadurch hat er eigentlich automatisch nur Likes, aber der Kommentar war schon vor dem Pin top Kommentar. Das kann ich hier sogar halbwegs einblenden, weil ich mit Baku darüber geschrieben habe. Ja, und man sieht auch da hat er schon 25 Likes nach einer Stunde und war zu dem Zeitpunkt eben top Kommentar. Das zweite, was ich an dir kritisiere und so viele andere auch, ist natürlich, ja, der Schnitt, auch wenn ich den ersten Punkt deutlich wichtiger finde. Ich bin kein Hater oder sowas, das weißt du, denke ich auch. Ich feiere zum Beispiel deine Streams mega und habe dich auch schon sehr lange abonniert. Wir haben ja auch öfter schon nach Twitter geschrieben und Ende letzten Jahres habe ich dir angeboten, dir Presets für Sony, Vegas oder Premiere zu erstellen. Die kannst du dann auf die Einblendungen ziehen, um das Ganze immerhin ein bisschen hochfältiger... Soll ich dir mal zeigen, wie du in Sony, Vegas oder Premiere pro Presets erstellen kannst, um deinen Schnitt zu verbessern? Hier, machen wir nach den Feiertagen, würde ich sagen. Dann erstellen wir dir ein paar Sachen, die deine Videos besser aussehen lassen. Können wir gerne morgen aus... nach dem ausnüchternen Talken. Alles klar, yo. Also, Davinci hat jetzt hier so geschrieben, ja, nee, geht gerade, aber nicht, ich bin gerade mega besoffen. Er schreibt so, können gerne morgen nach dem ausnüchternen Talken. So wird es wahrscheinlich abgelaufen sein, Leute. ...aussehen zu lassen. Da warst du ja auch ziemlich aufgeschlossen gegenüber. Ja, stimmt, das war Ende Dezember, halt. Guckt euch das mal an. Das ist am 23. Dezember und hier am 31. Dezember. Hä, warte, aber er schreibt am 23. Dezember und dann schreibt er, können gerne morgen nach dem ausnüchternen... Ach, nach dem ausnüchternen Talken? Oder wie kann ich das jetzt den Satz besser verstehen? Ganz schwierige Sachen, muss ich sagen. Haben ja sogar mehrmals hin und her geschrieben, um einen Termin festzulegen. Das hat sich dann halt leider im Sande verlaufen, wie ein blindes Kamel in der Sahara. Anscheinend bist du also auch nicht mal wirklich daran interessiert, deine Videos zu verbessern, sonst hättest du ja nochmal nachgefragt, hey, wie sieht's denn aus? Wolltest du mir nicht dabei helfen? Weil, warum sollte ich dich nochmal darauf ansprechen, wenn du doch offensichtlich keinen Bock drauf hast? Genau das gleiche, als ich dir einen Stream-Overlay gemacht habe, das meiner Meinung nach besser aussah als dein aktuelles oder zu dem Zeitpunkt eben aktuelles. Da hast du dann gemeint, du bist dir nicht sicher, ob du das besser findest, wirst aber mal deine Zuschauer in einem Stream nach ihrer Meinung fragen. Hast du auch einfach nicht gemacht. Ja, aber ich finde, also, ja, also ich muss sagen, rein optisch gesehen, das hier finde ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt mega hübsch. Und warte, das, was er erstellt hat, ist das hier. Ich weiß nicht, das nimmt auch so viel weg. Keine, also, ich finde, das nimmt so viel weg. Das ist jetzt, finde ich jetzt nicht so mega heftig. Und das jetzt ein aktuelles. Ja, gut, finde ich jetzt aber beide nicht so überkrass, aber trotzdem. Krass, dass er sich hier so viel Mühe gibt und Da Vinci da helfen will. Das ist ja nur ein bisschen schade, dass es nicht angenommen wird. ... in einem Stream nach ihrer Meinung fragen. Hast du auch einfach nicht gemacht. Du hast scheinbar nicht mal großes Interesse daran, deine Videos zu verbessern. Du hast seit Jahren die gleiche Hintergrundmusik. Sehe ich aber genauso. Ich finde auch, man erkennt keine Entwicklung bei Da Vinci, was das angeht. Das gleiche Banner, seit Jahren den selben Schnittstil, wenn man das denn so nennen kann. Dieselbe Begrüßung, dieselbe langweilige Art, das Thema wie ein leerer Stumpf vorzutragen. Warum gibst du dir denn keine Mühe, wenn du so viel Zeit hast? Das triggert mich einfach. Du hast Kontakte, du hast alles, aber irgendwie keine Motivation, habe ich das Gefühl. Würdest du deine Videos jetzt einfach mal radikal verbessern, mal aus dir rauskommen, dann einfach ein Video mit KuchenTV oder Just Nero oder Onion Dog oder sonst wem machen und wenn dann die Zuschauer da so eine große positive Entwicklung auffallen würden, ich kann dir jetzt schon sagen, dann wärst du mindestens doppelt so erfolgreich. Aber so, so wird das einfach nichts, Da Vinci. Das Video war jetzt nicht super ausführlich, ist wie gesagt auch auf Krampf vorproduziert und nochmal ein Dichter, Da Vinci, ich find dich wirklich super sympathisch. Ich schau mir oft abends stundenlang deine Screams an, wenn ich meine Videos schneide und Leute wie KuchenTV sagen ja immer, dass YouTuber wie du oder Mighty nie die 100 oder 200.000 Abonnenten erreichen werden. Das ist einfach Schwachsinn. Jeder hat Potenzial, das zu erreichen mit viel Übung und Mühe oder einer Reaction von Unge. Und ja, ich würde das wirklich... Äh, muss ich sagen, also jetzt mal rein nüchtern betrachtet. Also, wir müssen das jetzt einfach mal rein faktisch sagen, dass wir davon nicht wirklich krass ausgehen können. Zum einen natürlich, es kann sein, dass jeder hier 100.000 Abonnenten knacken kann. Kann ich knacken, kann Da Vinci knacken, kann jeder andere natürlich auch knacken. Das könnt ihr auch knacken mit dem Kanal, der keine Videos macht. Rein theoretisch. Äh, rein theoretisch. Ne, wollte ich bloß mal sagen, kann man immer irgendwas knacken. Kann man auch die Millionen knacken. Das, das Ding ist einfach, muss ich, muss ich halt einfach, ähm, so sagen, ich finde, Da Vinci hat einfach schon oftmals bewiesen, dass er trotz, dass auf ihn reagiert wird, dass Leute ihn positiv erwähnen, wie den Julian Bam oder, ähm, World Wide Wohnzimmer. Und, ja, es gibt so viele Leute, die hier schon ein Video gemacht haben, wo Da Vinci auch mit drin vorkam, wo er positiv erwähnt wurde und da kommen Leute rüber und es sind einfach nur so, so 200 Leute, die dann abonnieren bei Da Vinci. Würdest du, würdest du jetzt wirklich einen Kanal haben, der ein bisschen unterhält, der dich informativ weiterbringt, dann wären das nicht 200 Leute, die von World Wide Wohnzimmer oder von Julian Bam rüberkommen, dann wären das einfach 5, 6, 7.000 Abonnenten, die da rüberkommen, mindestens. Wirklich mega feiern, wenn du das einfach mal versuchst, einfach mal durchziehst, auch wenn du vielleicht ein Video weniger pro Woche machst, zur Not hol dir doch einfach Hilfe, also nicht von einem Psychiater, so schlimm ist es dann jetzt auch wieder nicht, sondern es gibt bestimmt einige Leute in deiner Community, die dir bei sowas auch kostenlos helfen würden. Du kannst auch gerne mich nochmal anschreiben, wenn du magst und wenn ich Zeit habe, helfe ich dir auch gerne bei ein paar Kleinigkeiten und ich denke, das zeigt auch meine Intention hinter dem Video, ich will dich damit wirklich nicht fertig machen oder sonst irgendwas und auch wenn ich manchmal vielleicht was so formuliert habe, dass es dich ein bisschen frontet, denke ich nicht, dass daraus jetzt ein Beef werden muss. Du wirst schon wissen, wie das gemeint ist. Kommt gerne auf meinen Discord-Server, da bin ich auch ab und zu mal unterwegs. Er hat halt einfach keinen richtigen Platz in der Sinne. Dich guckt man für Unterhaltung, weil sie einfach lustig sind. Nero, weil die Videos ultra gut und spannend sind. KuhnDV hat gute Themen. Ehre erstmal dafür, Dankeschön. Ja, ich denke halt einmal dieser Wiedererkennungswert. Klar, der Winchi hat diesen Wiedererkennungswert in Hinsicht nettester Meinungsblocker, sehr ruhig, sehr neutral, objektiv. Aber das ist einfach nicht das Spannende, wo Leute sagen, Alter, ich kann mich nicht mit der Person richtig gut identifizieren und ich schaue mir die Videos auf.